Das Geschäft ist tot. Wir haben natürlich alles stillgelegt, alles aufgeräumt, viel Ware gespendet an die Tafeln und Altenheime und natürlich geschaut, dass wir alles weg kriegen. Das ist natürlich ein Wert von sagen wir 40, 50.000 Euro, wo wir entsorgt haben. Eigentlich habe ich auch eine Versicherung, die eigentlich bis vor vier Wochen, die mir noch schriftlich bestätigt hat, dass sie Corona mit einschließt. Und läuft das dann auch mit der Versicherung? Nö, also ich habe dann am letzten Dienstag einen Brief bekommen von der Bayerischen Versicherungskammer, dass sie mir 15 Prozent bieten. Die Alternative wäre, dass ich über Jahre mit ihnen Rechtsstreit anfangen soll und dann könnten wir darüber schauen, was rauskommt dabei. Wir haben die Problematik erkannt und haben eben die Bundesregierung jetzt aufgefordert, dass sie mit den Versicherungsgesellschaften in Kontakt treten und diese eben dazu anhalten, dass sie das, was in den Verträgen drinsteht, dass das auch eingehalten wird und zwar zeitnah eingehalten wird. Weil für viele ist es existenzbedrohend, wenn ich jetzt zum Klagen anfangen muss, in den vier Jahren vielleicht erst mein Geld bekommen. Also ich glaube eben, dass wenn die Versicherungen bezahlen würden, es gibt glaube ich 1200 Betriebe, die bei der Bayerischen Versicherungskammer die gleiche Versicherung haben wie ich, dass der Staat dann erstmal gar nicht einspringen müsste. Also jetzt die Versicherung versuchen, natürlich einiges auf den Steuerzahler abzuwälzen. Das ist einfach nicht gerecht, nicht anständig. Also wir sind da hinterher und ich denke, dass das aber was helfen wird, weil umgekehrt, also dass die Bundesregierung sich da einschaltet und sich dafür einsetzt. Wir tun sie als Abgeordnete auch. Da brauchen die Versicherungen geschrieben, weil die sind ja selbst dann auch oft auf Maßnahmen angewiesen und ich denke, dass da gewisse Vernunft dann doch relativ schnell einkehrt.